Hm. Warte mal, es kann ja nicht sein. Online-Sitz und Quest beitreten. Es ist ja normal, oder? Kann ja nicht sein. Wenn ich auf Expedition gehe, haben wir das schon geschafft. Oder wenn ich bei... Warte, ich komme da aus. Expedition. Zentrales Lager. So. Du musst das von dort erst die Quest dann starten, oder was? Wir sind ja nicht viel die Profis. Ja. Wahrscheinlich geht's ja von dort. So, der Lager. Jetzt kann man da durch die Alte anrennen, oder? Ja, von dort muss es ja ausgehen, oder? So. Hey, bla bla bla. Neue Quest. Aufgabe. Option. Ja, die hat ja den gleichen Schatz da wie vorher, oder? Das ist komisch. Da Eierklau. Da. Da. Mach jetzt sowas. Und dann siehst du irgendwas, ne? Mensch, sehe ich nix. Also. Das ist ein Einzelding gewesen. Na. Jetzt ist ja wurscht. Machen wir halt was anderes. Gehen wir halt... Gehen wir halt... Also machen wir mal den Event gewesen. Machen wir mal da und da. Machen wir jetzt schon die zwei Großjagern machen. Ja. Ja. Warum nicht? Da muss ich wieder verlassen, da die ganze Sachen. Ja, ja. Ich mach einmal. Nein. Nein. Zurückziehen. Zurückhören. Bitte. Ah, ist ja eine schwere Geburt. Aber das ist kein Ding. Aha, das ist nicht... ...Arenakampf. Du bist im uralten Wald. Ja, ja. Aber da gibt's noch eins. Du bist so eine Arena drin noch. Aber was bringt mir das, wenn ich das mach? Eigentlich nix. Weil du kannst die Materialien sammeln schnell, oder nicht? Hört nicht da... Ja, ich bau von dem keine Materialien mehr. Quest-Beitreten hast du schon gemacht, was, gell? Verfügbare. Na, 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 warte einmal. Schnapper, was soll ich da? Der Preis von Fleiß. Fang-Quest. Oma, ich fang einen Jakku, Jakku. Gehört das sieben gar nicht aus. Ja. Das kann ich allein machen, das ist so viel nix. Na. Äh, Aufgaben. Ja, sonst machen wir halt einmal die Ananas. Ja. Ich weiß nicht. Abschliessen, ja. Äh... Die Ananas, die kommt eigentlich überall, aber... Starten wir beim nordwestlichen Lager. Hm. Na, eigentlich, ja. Starten wir beim nordwestlichen Lager. Ich werde so einen Gutschein nutzen. Ja, geht. Dann will ich ja noch zuhören. Ich hab den Fuhl, ne, weil... Ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab. Ich hab schon, glaub ich, ein und zwei paar Brüte. Einen hab ich beim Essen verschleiert. Und genau, bei einem hab ich schon ein paar Gefäße dann... äh... geschlöst. Vielleicht kommt ja noch einer dazu. Hm. Und der hat nochmal einen Gutschein oder so? Geht schon? Ja, ja, ja. Ja, okay, Aufgaben. Da... Ja. So. Ja, okay. Ja. Ja. Ich... Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So, ja. Und die Gutscheine bringen eigentlich was, ich hab das nicht mehr genommen. So, ich bin bereit. Ich bin auch bereit, warte auf Mitglieder. Achso, jetzt müssen wir ja warten, ob noch wieder zugeulen. Ja, da ist ja nix mehr. Sind keine da, also wie jetzt? Ja, genau. Ja, dann gehen wir auch rauf. Ja, und dann Notsignal senden, dann kommt schon wer. Normalerweise. Ja. Schauen wir mal. Einen Lockruf machen, so. Prrrr, 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 prrrr. Anja, nicht entdeckt, Alter. Ich bin grad einmal geändert. Achso. Ja, ich hab den schon so oft, ich glaub die Fußspunkleisen, vielleicht automatisch schon. Ja, vielleicht, weil... Ja, ich hab ihn anscheinend, aber... Schön, nicht. Ich geh was essen. Ich schieß grad das Notsignal ins Heer. Ja, ich geh was essen. Tja. Jetzt krieg ich wieder Copyright. Jam, jam. Nom, nom. Mit Gutschein bezahlen. Ist das das? Verbleibend drei. Junge, jetzt hab ich auch einen Gutschein einmal eingesetzt. Wenn ich jetzt wieder... Ne, dann hast du wieder einen verbraten. Dann hast du nur mit zwei. Ah, eins. So. Hotdog. Wo ist er? Ja, was ist das? Bist du schon unterwegs? Nein. Nein, ich tu doch selber. Okay. Und dann krall ich wieder zurück raus. Aber es kommt schon wieder. Es kommt ja schon wieder. Es ist ja schon wieder zu. Der Phantom Mars, was? Haha, der Phantom Mars. Das ist ja geil. Oh, du denkst ja da. Oh, du denkst ja da. Aber jetzt brauchen wir noch auf dem Tour, aber brauchen wir noch. Ohi. Ocelot, du ist auch dabei. Sehr schön. Ja. Ja. Bei mir ist es jetzt... Thomas wird auf die Quest beizutreten. Ja, jetzt. Ocelot von Thomas. Seid schon da. Cool. Oh, ist ja schon... Er ist schon bei der Kiste neben. Aber ist schon geblündet ein bisschen. Du Verbrecher. Ich hab nichts ausgenommen. Ja. Ich hab's schon ausgenommen für dir. Simple Ration nehme ich mit. Ich weiß nicht, mit den Fialen, die hab ich genug. Super. Ja. Jetzt wollte ich dir mein Code zeigen, ne? Aber jetzt sind die Leute da, ne? Ocelot und Phantom Mars. Ich hab ihr... Hey, hey, hey. Ich taub dir ein paar. Ja. Ja, ich hab ihr... Ich hab ihr Brist. Ich hab ihr Brist. Schöre da einfach. Alter, das sag ich den Dings in den Breziner. Ja, Thomas. Du, der hat das gleiche Schwert, was ich hab. Ne. Aber sind... Awohl, das könnt ihr ein besseres haben vielleicht. Ne. Du musst ihn fragen, vielleicht. Sag dir was. Komm, Alter. Zeig mir, wie das geht. Ich muss einmal schauen, was die Ananas... Wie man das... Ich muss einmal schauen, wegen die Schwächen und so. Ne. Ich weiß das ja gar nicht. Warte mal, hab ich da was vergessen? Warte mal kurz... Jägernotizen. Monsterlexikon. Anjanath. Forschungsstufe 3. Zack, zack, zack. Haben wir schon die Ani markiert eigentlich? Verbrechbar. Schwachpunkt. Dein Riesenschwert ist, glaub ich, Schwachpunkt und zwar haben wir. Ne. Das ist richtig Gesicht. Gift. Ne. Feuer tut nix. Wasser ist natürlich sehr effektiv. Donner geht. Eis geht. Ja, Gift... Feuer hab ich hier oben, ne? Gift. Okay. Schlafleben. Gift hält mein Ding, nehm ich. Das ist ein bisschen schade. Und am Hals mussten gehen, auf ne Gurgeln. Da spielt Monster Hunter World, steht bei mir. Ja, weiß ich. Ich bin der Beste. Ich bin grad online gegangen. Spanz kriegt's die Platte. Kopf gibt's die Platte und Reißzahn. Okay. Beine gebrochen gibt's eine Schuppe. Und jetzt möchte ich nur wissen, gegen was er... An Belz kriegst du auch beim Kopf nachher. Steht da aber nicht dabei, wenn du am besten angreifen musst und so. Ja, aber ich hab ihn gekriegt, ne? Ja, aber ich hab ihn gekriegt, ne? Die nächste Seite ist das, wenn du ihn auf 3er Stufen hast. Ich hab auf Stufe 3. Barscher Stufe 3. Und da steht aber bei mir, ist er dabei, wie es denn am Belz... Schau, ich hab eine Schuppe gefunden. Einfach so. Ja. Ich hab auf Stufe 3. Sind die schon draufklappen oder so? Achso, ergreife ihn deshalb dort zuerst, um die Chance zu messen. Okay. Sind die Bursche schon unterwegs? Ja, ja, wir sind schon da unterwegs. Der Ocelot und der Phantom Maas. Er hat schon Falle gestellt für den Dom Turbo. Aber der packt wohl seinen Trick 17 aus. Ja, ich bin ganz schlau. Ich geh gleich zum südwestlichen Lager und komm von unten, ne? Achso, du hast Honig. Ja, ja. Weil... Ich hab da noch ein bisschen sammeln. Oh, ich seh schon. Der geflügig, der trage ich raus. Ja. Ich hab grad Jogi angeschaut, ne? In der Zeit, wie wir mal Uschi mit M geschrieben haben. Ja, mei. Da ist die Arme, mei. Der hat mich schon beißt. Oh, der hat mich schon beißt. Oh, der hat mich geschmeißt. So. Sollten wir auf dem Holz gehen, ne? Ja, ja. Dass ich nicht mehr feierspuppen kann, ne? Mit deinem Hals treiben zu, weiß ich nicht. Nein. Drauf. Vorne oder wie, glaube ich. So, ich muss mich da fahrtsschüssen, klar. Ja. Der E-Pride ist ohnmächtig geworden. Ja, ist immer im Frontal, ne? Tesla. So. So. Da halt ein Hals her. So. Wo ist denn das Glühwebchen? Den Phantomas hat's auch schön erwischt. Na, woi, woi. Ne, ich hab keine Chance gehabt, nur zum ausweichen oder weglaufen, ne? Das ist die Scheiße. Die ganze Zeit auf mich rauf. Da musst du Vanille sammeln, ne? So. 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 Ananas. Aber feierresistent bin ich jetzt auch noch mal mehr, wenn ich von ihm so Sachen hab' noch mal, ne? Ja. Kann's leicht sein, mein Schei-Element-Ding ist für. Ja. Ich hab' gar kein Wasser, das ist natürlich... Ja, ein bisschen cool für mich. Boah! Boah! Was ist denn da, Alter? Der hat sein Schwert vor mir, kommt nicht vorbei, Alter! Ich komme zu dem Viech nicht einmal gescheit zu, wie. Das macht mich alles ein Narrig. Du spielst Monster Hunter. Da sagt mich halt, du trinkst, das Team. Ja, dann bin ich ja so. Das ist interessant, aber da ist irgendwo voll da drin. Hast du mal gut feier, oder was? Boah! Boah! So. Boah, Alter! Jetzt war's fast zu weit. Ja, du brauchst einen Jaunkel, he? Das war aber keine große Geschichte jetzt. Ja. Aber ich hab's gesagt, ich bin nicht gestorben. So wie ein gewisser Herr Obermonster Hunter da. Mhm. Ich bin ja noch Doktor. Ich bin ja kein Krampfer. Also das musst du echt anschauen, Richi. Das war... Normal bist du hin, also da war nix mehr. Da muss man schauen. Es war weg. Es war weg. Es war weg. Es ist nur grad angekrennt noch. Ja, da vorne ist sie schon. Awe. Awe, weg, weg. Das ist ja nicht so eine Agro, bitte. Ja, ich probier halt immer beim Haar, irgendwie. Ja, warte mal. Da kannst du ja irgendwie magieren, ne? Weil du den rechten Stick einnehmen hast, ne? Aber das funktioniert ja so super, ne? Ja. Du kannst zwei stellen hinten und tun, ne? Ja. Mehr geht nicht, ne? Also du kannst nicht direkt hin... So, wir machen mal den Mund. Ja, das fühlst du nix. Weil du siehst dann halt hinten, ey. Weil es alles nicht geht, ne? Ja. Da fahren wir gar nicht hin. Ich meine, durch kann ich nicht lenken inzwischen, ne? Das ist ja auch so super. Weisst du, Mensch. Das ist ja ein bisschen wild. Ich bin ja nicht Mati, oder wie der heißt, ne? Den gehen wir anschleifen, oder? Ja, stimmt auch wieder. Dann gehen wir ein bisschen wälzen. Ja, der spielt Monster und da wird ein Teil weiter. Ja. Schon wieder. Geht nicht liegen. Na. Bester Neusch. Ist er schon angekaut, ne? Isli ist er schon angekaut, oder? Ich das jetzt gerade. Bisse. Ich weiß nicht, also ich habe gar nichts... Ich meine, ich habe schon ein paar Guren gegeben. Ja. Aber... Alle sind nicht, ne? Scheiße. Nein, die schon wieder nehmen, da die Burschen. Ja. Ich wollte das jetzt sehen, wenn ich mich direkt... Ah, da ist er so, so eine Lehmkröte. Auwe! Oder eine. Ich denke, wo das Band vor ist. Ich denke, ich denke. Hm. Ja, am Rücken hatte das Verl. Du musst schauen, Morgana, ne? Du kriegst ja vorne weiter bei Nacken, Dude. Was musst du denn ernten, oder? Ja. Du musst das Boot draus gehen. Hoppala! Da bin ich hingeflogen. Ja, am Rücken ist. Hat er gekippt. Und jetzt... Ich will rein bisschen da. Oh, jetzt halt er schnell her. Ne. Da hat er schnell gekriegt jetzt. Ja, wenn sie ruhig halten, ne? Dann geht's her. Schein gemütlich ein, Junge. Ja, ja. Du spielst wie der Monster Hunter. Ich sehe ihn gerade. Gehen wir! Bah! Servus, ey. So. Einmal einen Kreisler machen. So, und auch einmal einen Ohrschein. Und BAM! Ja, Saft und Luft trinken, weil es ist ihm echt gefährlich, Alter. Weil dann bin ich lieber fast cool. Ne. Ausweichen. Mach du das nochmal? So, die Luft sind komisch. Ja, im Schwanz soll es erwischen, ne? Weil da alles nicht will, dann hat er den Schwanz. So, irgendwie stehe ich ja gut. Was noch? Ja, ja, ja. Du musst aufpassen. Schau, jetzt im Kurs eigentlich schon. Dann pumpelt er noch mehr. So. Schau. Gehen wir. Verstecken wir hinter dem Baum? Ne. Baumi. Ich gehe genau mit dem Baum hier zusammen. Schau. Der schreit mir an. Ja, vielleicht. Weißt du, wo warst der Baum? Okay. Hier. Und so. Ja, Spätzi. Da. Da spürt der, Alter. Der Overlettsplayer. So. So weit schaut's ja noch gut aus. Ja. Ich halt mich, Alter. Und ich hab auch angegriffen müssen. Ne. So. Ich komm schon zu, ich. Ich brauche da. Was noch von deinem? Ich glaube, ich wollte was noch. Ja, ich brauche alles. Also? Ja. Ja, ich hab ja nichts. Alter. Schau mich an. Ja. Mit deinen Lumpen. Oh, 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 oh. Was hat er noch da? Eine Falle, ha? Ja, das ist gut. Das ist gut. Und eine andere Speze mitten hinein, ne? Und, gehen wir. Ja, der nebenklaut. Das ist super. Das kommt rein. Gehen wir. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt sind wir mitten drin. Das ist doch mal. Ja, haut mich das Feuer her da. Sehr gut. Schau auf, ey. Ja, jetzt ist ein Feuer. Ich geh aufs Schwerse. Ich wollte immer auf. Aber was nachgeschwimmt. Nein, jetzt bin ich wieder aufgelogen. Jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Jetzt holt er das schön her und die können nicht richtig steuern. Das ist er. Na, ist er nicht geflogen? Fast, fast ist er geflogen jetzt. Das scheine die Gurge. Ja, jawohl. Ja, was ich schon bei der Hälfte bin. Die kleinen Tränke schieße ich mal gleich rein. Ja, weiß ich. Du weißt ja wie ich nicht. Wenn du dich auch einmal triffst. Nein. Wenn du siehst, ich muss mir einen mega Tränke reinziehen. Und zack. So. Was ist mit dem? Steht da einfach. Tut da nichts. Ja, wo war er halt nicht meine? Ja, du kennst dich nicht aus, ne? Anglaufen oder weglaufen? Haben wir schon gut bedingt. Ja. Ja. So. Da hat er was fallen lassen. Ja, hör auf zum Schlagen mal. Keine Asper. Ach. Bei mir rülpsst du an jetzt. Ah. Den haben wir jetzt ja gleich. Wir sind ja fertig. Nicht mehr lang. Ja, der hat es zu essen. Da hat es zu essen. Ja. Du siehst schon als Ende. Jetzt kommt der als Ende. Das dick. Bam! Einen in hohe. Aber ja. So, jetzt hat er mal scheinbar da. Ja, jetzt komm ich hin. Ich hab ihm angeworfen das Schwein. Jetzt läuft er. Was hat er denn da hergeschmissen? Schleudermaterial. Ah, ein Licht. Ja, ich schmeiß ihn mir an. Das ist eine sehr feine Rang. Soll ich nicht laufen? Okay. Wo bin ich da? Nein. Ich brauche Medizin. Sonst bringe ich ihn. Also die Megatranke, die sind super. Ja, ich benutze sie aber noch. Ich geh jetzt einmal die Einfung. Ich hab von den Megatranke noch Zähne. Okay. Ich nehm jetzt einfach immer die Einfung. Ich nehm halt immer gleich, bevor ich bei der Hälfte bin, hau ich mir halt Scheine. Hast du geschläfen hat, dein Ding? Ja, klar. So, jetzt. Ist ja gut. Jetzt haben wir nicht. Oder wir sind ja nicht so schlecht. Ja, das geht jetzt gemütlich dahin. Im Endeffekt muss halt, dass viel ausweichen ist halt immer. Ich geh ein bisschen Pilze sammeln da. Ich schätze von der Krippe her, wenn du jetzt mal einen Schlag abkriegst, bist du nicht gleich hin. Ein bisschen hochatmen. Außer er rennt wirklich mit der Schnauze auf die Hälfte. Das dürfte ein super Angriff sein, aber ich schätze, das ist jetzt auch super geil. Es ist ja nur von vorne unter seinem Schwanz, wenn er sich umtraten ist irgendwie. Ja. Bitterkäfer. Ja. Nein, Blitzkäfer war das okay. Ja, Blitzkäfer ist blau. Blitzgneiser. Ja. Wahrscheinlich, nicht? Äh, bin ich vorher schon abgebogen. Ja. Ich laufe schon zu einem anderen Fisch. Raterlos. Wow. Raus. Ja, ein Raterlos brauche ich dir auch noch. Das ist die Vivian-Dings da, ne? Kriegst du gute Sachen? Ja, hätt mir wirklich von allem gute Sachen. Ja, schreib mir an, wenn ich aus der Buste bin. Ist eh klar. So. Lauflau und dann gehen wir. Bam. Hoppala. Bin mir vierig geflogen. Ja. Er schreit mir immer um. Was ist denn? Oh, oh. Da. Falsch bin ich gewesen. Ja. Ja, krass. So. Wo will ich fahren jetzt? Raterlos. Super, alter. Gern. Super. Ach so, Schuppe. Da vorne. Raterlos, ja. Wo bist denn du da unten? Der ist da. Ich komm schon. Der ist da hinten. Raterlos. Ja. Du brauchst einen Schuppe von denen, weil der ist super. Das ist der Vivian-Dings da, was wir eigentlich fünf Stück müssten machen, ne. Oh, der Dings-Ding. Ach, da reinkt der Fisch, ne. Der Ananas. Erster. Jopti. Grüsch dich. Grüsch dich. Grüsch dich. Grüsch dich. Jetzt hat er sich eingeladen, da. Ja. Was hat er letzt gemacht? Was tut denn da unten? Jetzt kommt wieder da oben. Daneben. Hey. Geh und zurück. Und da rein. Komm, 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 komm. Schreit, wär so blöd. Entladung. Ja. Lieber watschen kriegt. Ja. Schaden ist reduziert, was? Ja, vom Schmuck kriegst du das. Okay. Das ist ja irgendwie eine Kette. Okay. Da ist ja gefährlich da drauf. Da kannst du ja nicht bewegen. Jetzt ist er ausgerutscht. Dicke. Hoppala. Ich komm nicht zu mir immer, wenn ich nicht bin. Aber ich, ich brauch nen Trank. So. Geht schon wieder weiter. So. Ist schon da. Uh. Jetzt machen wir unser Kameh. 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 Uh. Das war schön. Hoppala. Hm. Einbrauchen da. Ja. Jetzt ist er gleich da rein. Jetzt ist er gleich da rein. Ich spür das. Ich spür das. Ich spür das. So. Kaffern. Das geht ja schon leichter. Mit mir vor. So. So. Ich brauch halt mal lang. So. Und dann als geschaut auf seine Energie. Jetzt geht er auf mir. Ist nicht klar. Ich bin der nächste. Muss man da runter von .. Da bist laidet. Da was auflaufen. Und dann jetzt die Gegend. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin eh schon da. So, eine da. Entlarmung. Na, jetzt haut er wieder ab. Wird ja gar nicht mehr laufen, richtig. Gibt's aber, was da das ist. Ja. Aber sonst muss man los, ich denke mal. Warte. Eine Bombe! Okay, da bin ich fast runtergerutscht. Siehvuy, siehvuy, siehvuy. Siehvuy, 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 siehvuy. Siehvuy zu zauber, es ist schon rein. Oh yes. Haben wir dieses auch geschafft, nicht. äh da oben ist er ja der kämpfte es so mit dem Raterlos, so, sicher oh, ich brauch dich ich sie nicht aber gibt es nur ein Mal im Papier eh war so nicht hat er los, hat er los ja oder wie eh er am gibt, der hätt ihn da klar auch Ja, ich schmeiß den durch, Abi. 1400 Punkte abzahlen. Ja, ey, 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 ey. Aber knapp, der ist dreckig. Ja, der wird ja heißer. Da, Raterlotz-Material, schön. Ja, da, ja, da, ja, cool. Gut gemacht. Gut gemacht, ja. Wo ist er denn? Ja, da unten, da unten ist er, der Ozelator hat den Game. Haha, der Pantomas ist hin. So, spring runter. Lieg da, Alter, ich lieg da, brenn. Warte, da legst du wieder Material. Anja, nicht Material. Ja, ich brauch aber den da. Im Rucken, oben, im Knacken musst du noch montieren, ne? Warte, ich schneier mal beim Kopf an, ne? Du wirst. Ich schneier mal überall an, einfach. Reißzahn habe ich gekriegt. Schuppe? Reißzahn. Nein, Reißzahn. Wo ist das? Ich geh da mal rauf, ich schau. Ich krieg nur Schuppe. Reißzahn, weißt du? Reißzahn krieg ich hinten beim Arsch. Ja. Also, hört das auf einmal zum Brennen, oder? Reißzahn, zeig mal, kriegt noch ein paar. Ja, geil. Ai, ai, ai. Ja, cool. Da kann ich meinen Fruchtiger wieder herrichten. War ja nicht einmal so schlimm, ne? Mhm. Muss ich jetzt sagen, also... Hat sie ausgezahlt, die Jagd, ja? Ja. Zweimal Gutschein-Bonus, okay. Was hat der jetzt gebracht? Und dann kriegst du mehr Köln oder das? Oh ja, anschein und ne? Mal zwei. Extra Trainingserfahrung, schau. Verteidiger von Astera habe ich gekriegt. Mal Palico, ich sag. Hm, fällt voll schon. Phantom Maas hat Gas geh, mal schau das an. Schleicher. Der Rüstungsteil ist jetzt eine neue Verbesserungsstufe verfügbar. Okay, da hast du ein Material gekriegt, das du jetzt brauchst, ne? Oh ja, fällt voll. Der Phantom Maas war ja da immer. Ne? Schleuderschütze, Feldforscher, Schleicher. Da hab ich gern. Ja, passt. Alter, war super. Hätt'n gefällt. Ja, kann man vom... Uh, da passiert was. Ah ja, jetzt geht's ja weiter. Story, ne? Ah, ja. Mach mich leise. Oh, hey, dann. Ah, ich bin schon mal. Ah, zum Kriegel ist der das. Hm. Ich schau aus. Hm. Hahahaha. Wach hauern der Rüste. Bist du schon durch mit der Sequenz? Nein nein. Hm. Okay. Wegreden. Super. Reden. Reden Sie bei. Schau aus mit dir aus, was die. Die alte sind immer noch alles. Waffe. Botanische Ernte einholen, da hab ich eine Kuh. Wie oft ernte ihn da noch. Krumme Knochen brauch ich für die nächste Waffe. Da ist der Pugi wieder, also der Dead Rider. Wo? Wie was? Da hochheben. Ach so, das Schweinzertl. Ist der süß. Abseits gespülen. Ich weiß gar nicht, wo das Fisch ist. Das ist gut gelaufen bei mir. Ja, rennt immer herum. Normalerweise wollen wir dort hinten, bei dem Anhauerer. Schweinzl, Schweinzl, Schweinzl. Wo ist das? So, ich schau mal zur Schmiede. Ja. Was es jetzt so gibt für mich? Hm. Aufzug. Ja, ja bitte. Was denn du für einen Aufzug jetzt so? Ja, ja. Wo kann man Dings schmieden? Zum Beispiel Ketten oder so. Das würde mich noch interessieren. So, das geht vorne. Ich meine, es müsste ja der Ausrüstung nochmal dabei sein. Ausrüstung, Endung. Nein, das lassen wir jetzt so. Verkaufen. Verkaufen, da ist ja nichts. Ananas-Set. Derzeit einsetzen. Super, ein Hüfterin. Alter, das hat bei Stufe 1 schon Verteidigung 20. Das hat Mainz ja gerade einmal bei... Was hab ich da auf... Bessere Unterkunft. Ich krieg eine bessere Unterkunft. Ja, das kriegst du ja irgendwann. Ach so, Partners, das steht immer nur auf Stufe 1, da. Aber ich glaub, mein... Raumwechseln. Privatraum. Möchtest du umziehen? Ja. Umziehen. Aber gegen Wasser zum Beispiel ist das Set halt nicht sehr effektiv. Hm. Mh. Der Deckenventilator und der geile Hapfen. Sehr gut. Okay. Schaut aber auch... Schau aus, als wäre ich fett, oder? Und den Ananas-Set. Mh. Das schaut ja richtig gut aus, das Bett. Das holt doch sicher was aus, oder? Das... Katachi-Set schaut cool aus, irgendwie. Katachi-Set, weiß ich gar nicht, oder wie das... Ist das da oben, weißt du? Ach so, äh... Ja, ich mach das. Gellern. Äh, der ist ja... Der ist ja... Der ist ein Wift, sagt der, gell? Aber ich... Ich verzeig nicht mehr nicht, wie das Andere sich steigern lässt. Die... Die... Die Skos... Sockeln und Dings. Keine Slots. Nja. Vielleicht müssen wir da noch weiter spielen auf Level 3000. Ja... Weiß ich nicht. Well, das check ich nicht. Verteidigungsstatus, da siehst du, dass ich das erhöhe, Angriffsboost und das ganze Donnerwiderstand nicht aktiv, also kann ich das, das wäre dann, muss ich mir die Fähigkeit aktivieren oder nicht, check das immer nicht, also du, da, weißt du, für alles andere kriegst 10.000 Einführungen und für das ist das so, weißt du nicht, so holbherzig. Das, was eigentlich wichtig ist, ne? Ja, das finde ich so komisch. Also, das ist Schweden, verbessern. Hm, Wasserfallbrücke, Kantine, wo gehen hin? Ich geh mal zur Kantine. Ah, ah, kann ich schon was anderes machen? Ja. Okay, boah, da kriegst du Elementfeuer. Affinität, minus 20%, was heißt jetzt minus 20? Ja, das ist weniger. Ja, das checke ich nicht. 15% ja, weil... Ist das auch eine Angriffsgeschwindigkeit oder so? Wahrscheinlich, weil die ist dann minus 20, dafür ist der Angriff halt höher, 462. Und jetzt vorher 150, weil das andere verbessert hat sich halt noch 429, kein Element, dafür war halt von Affinität her kein Problem. So, ich hab wieder was essen. Aber das ist geil, weil da... Okay, ich glaub, ich werd einfach einmal ohne Element der Wall herumtun, ne? Ja, ich komm wieder halt zu Ölgräs. Weil, dann hab ich auch eine Waffen, dann werd ich die Waffen, weil die kostet die anderen auch. Ich hab ja noch den Erzbaum, da kriegst du noch andere Sachen, denk ich auch. Ja, sicher, ne? Bei den Dings hab ich jetzt auch dazu gekriegt einen neuen Baum, äh, neue Waffen halt und wieder einen neuen Baum, aber da fällt mir noch was Zeug. Ja, weil dann kannst du sicher wieder neue Waffen auch schmieden, ne? Ja, ne. Aber dann kann ich meine Elemente dementsprechend nachher anpassen, hab ich eine ohne Elemente, die individuell einsetzbar ist. Ne. Eine Wahl halt, weil, was soll ich amtun? Vor allem dafür brauch ich nur Monsterknochen L, Monsterknochen M und Felsknochen, so wie weißt du. Ne. Dann werd ich gern mal den machen oder was. Darnika muss ich auch machen. Schmied auch, Alter. Fast voll, geh mal mal ernten. Und da Honig, 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 Honig. Jetzt schaut doch den bei, der spielt Monsterknochen. Ne. Sehr gut. So. Belassen. Was kann man denn jetzt anbauen? Oh, da ist, die Listen ist ja größer, wenn zum anbauen. Ja. Kraut. Walikio-Ausrüstungsschmieden, der braucht aber derweilig. Käfer. Rattalos, Alter, da kriegt er Rattalosklinge. Ja, da hab ich auch. Ich hab die nicht, ich hab die anderen, ich hab die einen ja nicht. Jetzt haben wir. Okay. Du meinst jetzt für deine Katzl? Ja. Wobei, die Klinge schaut schon wild aus, Alter. Wisst du da. Götterkäfer, hm? Den bauen wir mal an. Probieren wir mal Götterkäfer. Aber da kann ich gar nix machen. Obwohl, die Klinge kennt ich mal. Erntemenge 8. Düngen. Lockmittel. Dann haben wir's halt, mein Gott. Lockmittel, geile. Jauchen. Ja. Muss ja jauchen, aber ja. Die eine schuppen. Geil, Alter. So, das Schwert. Sauber. Tja. Musst du jetzt eine Quest machen, eine Story, ne? Ja. Ja, aber ich würd halt wie er den an... Anja, genau. Ja. Weil... Das ist ja gar wem geschickt, dass du... Naja, dass du das mal ersuchen musst, okay? Ja, das ist klar, ne? Ja. Und du hast den paar vier Stückchen. Kriegst du auch wieder bei uns? Ja. Weißt du... Dobi, wollst du gesagt, ne? Dobi müsst machen, ne? Ja, Dobi will ich nicht machen. Hahahaha. Bukaka, Stufe 2 ist das. Anja... Der Dobi, der kann mir einen Buglobe nutzen, oder? Aber, warte mal. Hat er nicht da drin gehabt, irgendwo in einer Arena drin? Ne. Stufe. Wo ist denn da jetzt? Ahhhh. Er rennt. Na? Ja. Aufgaben, Stufe 2. Wo kriegst du denn eigentlich diese Röstkugeln und das? Was musst du denn dafür machen? Ja, da musst du die Pflanzen sammeln und Dings. Bei den Dings da, äh... Ressourcenzentrum. Ja, ja. Du musst immer eine Quests auswählen, was du machen willst. Untersuchungen zum Beispiel, da ist nichts drin. Also ich kann nicht, dass ich was krieg. Beutezüge musst du einigen, ne? Beutezüge, ja. Und da hab ich aber geregistriert nichts. Ja, genau. Du musst nämlich das mal anklicken, ne? Da ist ja links, ne? Ah, so. Und da klickst du das an, dann kannst du noch sagen, ja, kleine Monster jagen, Honig oder Knochenhaufen. Knochenhaufen habe ich ja. Ja, ja. Hab ich schon gemacht einmal. Du musst schauen, dass die Liste halt immer schön full ist, ne? Tötet sich hier einen kleinen Monster, ja. Da war noch Honig ein. Da fangen du mich gar nicht großen Monster, glaub ich, ne? Kampfe über Feldforschung. Honig. Hier, Honig ist kein Problem. Förderplätze. So. Sammeln wir einmal Förderplätze. Untersuchungen? Das weiß ich nicht nur, wie das funktioniert. Die Untersuchungen. Ich schließe drei Quests im uralten Wald. Aber wenn ich die Ananas mache, dann sind das hier eigentlich drei Quests. Ja. So. Sammels? Ja. Dann mach ich halt ein Quest auf, ne? Ja. Dann machen wir die Ananas. Ja. Dann machen wir die Ananas. Untersuchungen. Dann... Siehst du auch, fang eine Ananas. Nein, der ist wohl sicher nicht. Nein. Äh, ja. Da hab ich mich verlesen. Questoptions Stufe 2. Bin ich schon bei Stufe 4 eigentlich, ne? Wo ist denn der? Hä? Ist die nicht mehr drin bei mir? Anja? Wo bist du? Für 1? Nein. Hä? Du musst das vielleicht früh erst wieder annehmen bei der Ressourcen. Da hol ich sie. Äh, bei Stufe 4 war das. Okay. Mittleres Lager. So. Gutscheine Spore. Ich hab nur mehr zwei. Ah, deine Quests bekam ich über den HAI. Ja, nein, nein, nein. Mhm. Ich hab noch Gutscheine, also womit neue Quests. Quest beitreten. Verfügbare, optionale Quests im Griff der Grippe. Mhm. Und welches Lager bist du gegangen? Was wesentliches? Äh, 8er Dings da, ne? Okay, passt. Wenn man noch ein Hutscheine und fertig. Ah, sehr gut. So. Ich bin bereit, bereit zum aufruppen. So. Ich muss den Seppel. Hast du was gegessen? Dann komm mal der wieder. Nein. Nein, kann ich. Achso, gut. Ich hab die Dinger des Next. Ja. Und sonst hau ich mich. Schau mal, wo er abtaucht. Schau mal mitgeschaut. Was hat denn? Was hat denn er? Haha, sehr gut. Ist ein Raumfahrer. Alter, was ist mit ihm passiert? Ja. Hahaha. Das ist arg, he? Das hat bessere Sachen als ich, he? Ja. Ist ja wohl der Cyborg. Alter Schwede. Das ist ja ein Monster. Ja. Ich mag's haben von denen eher. Also von der Anja. So, ein Packerl haben wir raus. So. Hat sie auch am Mitteln fertig. Hm. So ein Notsignal hau ich raus, ne? Weil das funktioniert anscheinend gut, ne? So. Ist draußen. Da können wir noch die einher schnüffeln. Ah, da ist sie auch schon. Da haben wir gar nicht mehr schnüffeln. Ist schon markiert. Ah. Da raus schlurfen da. So. Ich weiß gar nicht mehr was sind Kreiter. Ich brauch halt irgendwas. Keine Ahnung. Knochenhaufen. Und glaub ich Honig hab ich angenommen. Zum Sammeln, ne? Ja, muss ich schauen. Ich Honig hab ich Kräuter. Unser Freund. Unser Freund. Der Jagris. Ach der ist mein Wisch. He. Ne. Den scheiß ich gar nicht mehr an. Ne. Aber der ist jetzt da mit dem Feit noch mit der Anja gleich. Oder? Wissen sie.